Die ganze Nation kennt ihn schon, alle singen mit ganz laut im Chor, das geht ins Ohr. Und damit willkommen zu einem neuen Metronom-Berg-Tel, ey, ey, mit den Kapus, heute mal am Start und, äh, ja, cool. Cool. Ja, dann würde ich sagen, Leute, schreibt auf jeden Fall in die Kommentare, was ihr cooler findet, ob Shiny Tapus oder nicht Shiny Tapus, ohne Witz, jeder wird die Shiny Tapus cooler. Ja, natürlich, ich finde die Shiny Tapus immer besser. Weil, man muss halt einfach sagen, so diese schwarze und mit den Farben, sind die alle goldenen, die haben immer noch ihre Hauptfarben, ne? Ich weiß es tatsächlich nicht genau, auf jeden Fall sehen sie super nice aus. Die haben halt super viel von diesen schwarzen und das sieht, also dieser Kontrast zu den Farben und so, das ist halt super, super nice. Deswegen, Game Freak, haut jetzt endlich mal hier die schönen Shiny Tapus aus, ne? Außer Coco, den haben wir ja schon. Den haben wir ja schon, ja. Und wir als, äh, besondere Nintendo-Mitarbeiter konnten sie natürlich auch schon vorher, bekomme ich meine Game Freak-Mitarbeiter. Am coolsten und am schönsten. Ja. E-Beams. Oh, bitte. Da siehst du die haben ihre Hauptfarben noch. Ja, okay, hast recht. Mal weiter, obwohl du nicht, oh, Alter, jetzt geht's los, Mann. Jetzt haben wir die ganzen Felder, Mann. Wer ist der Schnellste, Mann? Herr, warte, was passiert? Was? Wurde jetzt mein Elektrofeld übersprungen? Ja, es wird jetzt, glaube ich, jedes Elektrofeld, jedes Feld wird mal gedingst, oder? Ja, ja, klar, aber man hat ja meine Fähigkeiten nicht gesehen, weil... Ah, ja, okay, genau, genau, deswegen. Weil, es wäre dumm, wenn zweimal das gleiche Feld aktiviert wird. Genau, genau. Also ich bin der mit den Shinies und Present ist der mit den nicht Shinies. Ja, das ist klar, weil es aus meiner Sicht heute ist, wenn es auf meinem Quadrat ist, aber okay. Okay, Timo hat mal wieder einen kleinen Anfall. Es tut mir leid, Leute. Sekunde, Sekunde, ich muss ja erst wieder neu aufgezogen werden. Jawohl, jetzt wird er richtig reingelunzt. Darf man reinlunzen bei dieser? Du sagst sowieso gefühlt alles, also bitte. Ja, ja, ist... Los, I. I, setzt einmal... Jawohl, Zettkaskade. Hey, das macht richtig viel Damage. Ja, der Angriff von dem ist richtig gut. Holy shit. Nein, Tabubala. Und die Verteidigung von Tabubala. Tabubala ist richtig bad. Ja, das ist saftiger Damage, würde ich sagen. Den würde ich nicht so gern. Okay, jetzt aber, jetzt hau ich hier rein, jetzt würde ich was verstürmen. Zettdampfalze auf Tabubalu. Nee, bitte nicht. Du bist eigentlich abgeschwächt? Irgendwie eine Zettgift-Attacke, go. Hat mir auch, glaube ich, noch nie eine Zettgift-Attacke. Zettdunkelnebel, das war eine gute Gift-Attacke. Nice. Ist Dunkelnebel eine Gift-Attacke? Nein, Dunkelnebel ist, glaube ich, eine Eis-Attacke. Schade. Das ist ziemlich traurig. Auf jeden Fall, wir haben... Oh nein. Ich wollte es nämlich gerade sagen, wir haben ja noch das Grasfeld draußen. Das heißt, du heilst dich wenigstens ein bisschen hoch. Ja, das ist ja gut. Weil jetzt deine Verteidigung noch wußt ist, das ist dann nicht so lecker. Das heißt, Bims, hau den jetzt richtig weg. Bitte nicht. Armstoß. Ja, das ist so gut. Das ist eine sehr gute Frage. Ja, wow. Vierfach resistieren. Nice. Die zwei Kappen. Fünf Mal. Nein, bitte nicht. Fünf Mal. Fünf Mal. Drei Mal ist gut. Fünf Mal. Fünf Mal. Schau. Das habe ich einfach wieder aufgegessen. Das hat sich sogar mehr geheilt. Aber irgendwann habe ich noch gar kein Damage bekommen. Ja, das ist tatsächlich etwas traurig. Los, E-Beams. Als ob du schneller bist mit ihm. Traurig. Psycho-Schock. Zweischock. Bitte auf Capuriki. Ja, das ist okay. Bitte nicht so... Ja, das ist okay. Das macht halt ein Affiliate. So, jetzt aber am coolsten. Mach irgendwas Gutes, bitte. Mach irgendwas Cooles. Aber es ist halt Damage. Bitte keine Gift-Attacke, bitte. Sternschock. Das trifft beide. Das trifft beide? Darf man nicht unterschätzen, Mann. Ja. Das hat ja viel Schaden gemacht. Das darf man ja nicht unterschätzen, ne? Das darf man ja nicht unterschätzen. So, am schönsten. Verzerrer sagst du, schade. Fassade. Das ist gar nicht mal so gut. Ich heil mich wieder ganz gut hoch. Jetzt komm, hier. Läuterung. Perfekt. Kein Plan. Ja. Ich dachte, jetzt kommt ein Läuterfeuer oder so. Als hätte ich gewonnen. Ja. Das hat dir auf jeden Fall den Sieg gegeben. Ja, Leute. Ich hoffe, es hat nicht gefallen. Mir hat das so eine positive... Hababuse. Ah, lustig. Hat er uns geprankt mal wieder. Komm, da higst du hier an, Kati. Okay. Als ob du wieder schnell bist. Hast du einen Wahlschall oder so? Nein, ich habe keinen Wahlschall. Wirklich nicht. Oh. Oh. Oh nein. Oh nein. Bitte. Als ob ich das überlebt habe. Okay. Oh nein. Das ist ziemlich cool. Okay, komm. Jetzt am coolsten. Bitte mal Horta. Pferdeschirken. Nice. Nein. Okay, wobei. Das wäre so gegen das Kapitone. Ja, ja. Aber Pferdeschirke kann in den gehen. Ja, kannst du fetschen? Was? Warte. Ich glaube, das ist umso stärker, umso weniger Kapitone. Ja, das hat er viel damit gemacht. Was ist das? Los, Beams. Los, Strohkler. Oh. Oh, nein. Lecker. Im ganzen Feld. Okay, das macht immer noch nicht so viel damit. Aber trotzdem. So weird. Man unterschätzt und überschätzt immer richtig viele Attacken, habe ich so das Gefühl. Ja, das stimmt. Aber ich meine, Strohkler. Das ist richtig schwer. Schwere. Okay, Timo. Lass mir das doch stehen. Stern. Okay, Pferdes. Lass mir das doch stehen. Oh Mann, du bist wieder schnell. Was ist denn los? Let's go. Finster Faust. Jetzt bitte. Bitte nie. Jawoll. Gefistet. Das soll ich nicht sagen. Also am coolsten. Jetzt hau mir was Gutes mal raus. Du hast bisher gar nichts gemacht, Mann. Blattwerk. Blattwerk. Nice. Der Step. Äh, nicht Step. Hier. Der Pflanze-Belt-Gonus. Das war super. Das war... Naja, geht's. Dafür, dass es irgendwie eine 50er-Base-Tabes oder? Ja, ich weiß ja. Oh. Oh, bitte. Lecker. Der hatte aber kaum mehr. Ja, okay. Na, mal meint. Ja, bei Capuriki wäre es schlimmer gewesen. Capuriki wäre es echt nice gewesen, ja. Ja, ich sag's dir mal. Das sind die Shinies. Das sind die Shinies. Shiny-Pokamon sind immer besser. Shiny-Pokamon sind stärker. Das ist Tapobullo. Ja. Nein, das ist, äh... Weil die Sache ist, man kann nicht am bulgigsten schreiben, weil's halt nicht reinpasst. Deswegen muss ich am dicksten schreiben, weil's halt... Das ergibt gar keinen Sinn. Ja, aber es tankt halt sozusagen am meisten, aber ich wusste nicht, wie man das schreiben soll. Ja, aber dann... Am... Ja. Defensivsten. Das passt auch nicht. Zwölf Buchstaben, Mann. Am... Ja, lass es einfach. Kraftkolossen. Ja, ja. Kraftkolossen macht halt nicht viel. Das macht gar kein Damage. Ach, bitte. Und du kriegst einen Death Drop. Das ist delicious. Das ist tatsächlich nicht so super. Nebel fällt draußen, das heißt, die Drachenattacken sind leider geschwächt. Richtig. Das ist super traurig. Druckträne. Das ist super traurig, verstehst du? Lol, X-Tro. Nass dich, X-Tro. Ja. Okay, aber ein krasser Spätz-Dev-Drop, der ist natürlich nicht so geil. Auswechseln darf ich, ne? Haben wir ja. Zurückhaltung. Zurückhaltung. Was war Zurückhaltung? Keine Ahnung. Halt dich nicht zurück. Bolz den richtig weg. So, Bims, bitte Donaldson. Bitte, bitte, bitte. Oh, nice. Mit dem Death Drop. Alter, holy shit. Ob das so viel Damage macht. Bitte. Das ist ja richtig. Stell dir vor, dass ein Elektro-Feld wird. Warte. Ich habe auf Bims ein Wahlband. Als ob du ein Wahlband drauf hast. Bitte, Mann. Tropenkick? Einer Tropenkick. Ich bin bei minus eins. Ach, bitte. Ich jetzt auch. Ich bin so sad. Am coolsten, jetzt zerstör die bitte die Gegner schon Pokémon. Fußtritt. Ja, nochmal einen Fußtritt. Nee, das war ja Trump gegeben. Das war ja nichts. Das war ja nichts. Bims, Alter, der ist so der Starplayer. Scheiß auf den Inner-Job. Ich bin so sad, Mann. Das ist so sad. Warte. Trumpfkarte? Wieso Trumpfkarte? Ist er am dicksten... Alter, das war das kurz. Hat er am dicksten Wahlschreie gehabt? Oder schneller als ich? Nein. Ja, genau. Und er so. Du hast einen Wahl. Drei Band? Ja, nice. Scann dir richtig, Vince. Scann dir richtig. Ich dachte halt, okay, der Timo wird bestimmt schon darauf kommen, dass ich eine Wahlschreie trage, aber wie du einfach zwei, drei Runden es nicht bemerkt hast. Das war schon ziemlich lustig. Und der ist halt einfach bad. Weil alle sind am coolsten oder so und der ist halt einfach bad. Ja, sieht man ja, wie bad er ist. Meinerzeit pflückt dich gar nicht schön. Verstehst du, weil es im Kassel ist. Ja, das ist ein bisschen sad. Ja, das ist der Grasam. Nice. Oh, Mann. Wer hätte denn damit rechnen können? Ja, das war überhaupt nicht hervorhersehbar. Hervorhersehbar? Ich hab mich versprochen. Sorry, Mann. Das ist ja noch nie passiert. Ach, wir lassen es einfach so Sternpresent. Ja. Okay, jetzt bitte können wir dieses Capodoro umbolzen, weil das Ding Schweifglanz drin hat. Boi, puh, ja komm. Ja, das wird auf jeden Fall umbolzen. Wobei, Papusi. Ja, ist okay. Ja, soll jetzt sterben. Nee, ist immer noch das Grasfeld draus. So, jetzt bitte irgendwie Gift-Heap oder so. Erstaunt. Nice. Da bin ich ja ganz schön erstaunt, wenn ich das mal so sagen darf. Fast schon lustig. So, jetzt bitte nichts Gutes. Jetzt vier. Laubkling. Oh, delicious. Nein, ich hab den. Als ob. Delicious. Ich hab den auf Capodoro, bitte. Der war aber... Ich meine, also... Ich hab den Choice Bad und 5-3 Spezial angehen. Bad, es tut mir leid. Ich hab dich nicht Bad genannt. Du bist der Bestie auf dem Feld. Du gewinnst das jetzt. Einer gegen vier. Das schaffst du easy. Vor allem Boi-Pool hat nachgelassen, weil Tabu-Cocodown ist. Als ob. Das ist ja super dumm. Das ist super nice. Jetzt gönn dir nochmal einen Flammenblitz. Oh, Leute. Oh, bitte, Leute. Das war nur sad. Das war sogar damage. Das war nicht so viel damage. Ja, das ist schon. Das war schon ein bisschen... Ich bin so traurig. Frostbeule. Also, bitte, Bad. Ja, du bist wirklich Bad. Weißt du, du hast den Namen verdient. Du bist das schlechteste von mir. Jawohl, wir zeigen uns. Wenn du jetzt stirbst, Mann. Bitte. Bad. Es tut mir leid. Du bist mein einziger Hoffnung, das Match schon noch zu gewinnen. Also, mach gar irgendwas Gutes. Ich hab noch vier Pokémon-Present. Bims ist noch Poil, Alter. Die werden jetzt einfach den Heilopfer einsetzen. Also, passt das. Also, bitte, Bad. Stürm einfach nur nicht. Ich darf jetzt sagen, was du verlieren. Ich bin im Blätter-Tanz gefallen. Nice. Bad, bitte, mach irgendwas Gutes. Heil dich auf. Und die besiegen sich dann irgendwann selber, oder? Ja, guck mal. Er ist durch Verschwörung. Er wird sich selber treffen. Oder Bad. Oder Bad. Das ist der Plan, bitte. Dreifach Kick. Das ist nicht das, was ich erwartet hätte. Das war einfach drei KP wahrscheinlich. Los, Bims. Bims bitte. Nee. Pflücker. Pflücker. Ach, bitte. Pflücker. Nein, das ist nur. Das ist gut. Dab. Cabo Toro ist richtig bad. Bad heißt abrückwärts. Dab. ARD Text im Auftrag von Funk